Moin Moin ihr Betting Ladies und herzlich Willkommen zurück bei Ghost in the Shen First Assault Standalone Komplex Online oder halt diesem Spiel mit den Geistern Willkommen zurück wir spielen Terminal Conquest gegen das gegnerische Team ja auch gegen das wie immer halt gegen das eigene Team wäre auch Schwachsinn wenn wir das machen würden und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Let's Play vielen Dank fürs Zuschauen schon mal ihr geilen Schnittchen ich sollte vielleicht mal wieder auf die MP5 zurück wechseln das würde in fact mehr Sinn machen weil damit treffe ich einfach besser shit so Ficker Dummer oh oh granate macht doch noch mal den Scant macht den Scant macht den Scant machen wir uns den Scant wunderschön es muss auch mal aufhören ja ich kann jetzt diesen Scheißgang kann ich nicht alleine halten hallo Team 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 ja es geht nichts über Team Play ja Team mein Lieblingswort ist Team sie dachten das wäre eine ein Foto von meiner Familie nein das ist ein Foto vom A Team denn ich liebe Teams Team 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 im team wir brauchen wir teams auf dieser welt ohne teams sind wir alle wertlos wir sind nichts ohne teams habt ihr gemerkt ich sage ganz gerne das wort team den teams finde ich super ja was wäre ich nur ohne mein team ohne mein team hätte ich keinen kill gemacht im gegnerischen team ich bin wenigstens team 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 ersetzt jedes wort durch das wort team 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 dummer think tank der spielt nicht im team mit dem team spielen würde dann wäre ziemlich gut so wie er so war mein team team so viele menschen zu töten so viel team play zu tun ich will da rein mit meinem team ich will gegen team vor okay ohne scheiß über auf mit dem schwachsinn von einer von euch ohrenkrebs kriegt soviel kills machen nur gute teams ich kann einfach nicht so back to ernsthaftes gameplay ha 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 genau wieso spawne ich denn hier mitten im feuer ist das behindert oder was alter ja rennt halt gerade noch so fuck du hast die drohne hinter dir kamerad es wird so spannend gerade das ist echt cool gerade so noch jemand noch jemand noch jemand nein der hat mich bewahrt vom killstreak ey fuck das wär jetzt so schön gewesen das wär jetzt so schön gewesen da wär mir gleich der schniedel gestanden ey so schön wär das gewesen man kann nicht alles haben auf der welt großen schwanz gutes team so erstmal abgeschaltet hier sensorisch sind auf sensorische weise abgeschaltet und transfer kill transen kill sehr schön diese dreckigen gedanken nein es war so knapp es hätte sich noch so schön drehen können wir haben gerade so eine krasse lost strähne eigentlich obwohl wir eigentlich gar nicht so schlecht spielen ich check nicht woran es liegt trotzdem vielen dank fürs zuschauen wir sind hier auf level 8 jetzt geil very nice very very nice dann wenn man nächstes mal den phantom angriff mal ausprobieren falls er den verfügbar ist der ist immer nicht so so leicht verfügbar also da will immer keiner mitspielen keine ahnung warum aber ich werde das tun für euch wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen haut rein und tschüss